Gigi Hadid macht keinen Hehl daraus, ein Nepo-Baby zu sein. Der 27-jährigen Fashion-Ikone scheint sehr wohl bewusst zu sein, dass ihr Durchbruch im Model-Business von bestimmten Faktoren beeinflusst wurde. Seit längerem wird der Begriff Nepotismus-Baby, oder kurz Nepo-Baby, in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert. Mit dem Ausdruck werden Kinder von Promis beschrieben, die in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Gigi, die als Tochter von Supermodel Jolanda Hadid aufwuchs, erklärte jetzt in einem Interview. Technisch gesehen bin ich ein Nepotismus-Baby.